Ein berühmtes Zitat von Schäuble, das Sie auch in Ihrem Buch drin stehen haben. Deutschland, er sagt, Deutschland fehlt die politische Reife für die Direktdemokratie. Was ich da interessant finde ist, woher kommt eigentlich diese Skepsis gegenüber denjenigen, die Sie ja auch wählen? Es sind doch dieselben Leute, die die Personen in der Regierung wählen, denen er, Schäuble, in diesem Fall so skeptisch gegenüber ist oder ihnen eine gewisse Unreife nachsagt. Also ist da nicht auch ein gewisser Zwiespalt oder denken Sie, man meint damit, okay, alle vier Jahre eine Wahl zu treffen, das kriegen die gerade noch so hin, aber alles darüber hinaus besser nicht. Genau, also in Deutschland können ja die Bürgerinnen und Bürger nur alle vier Jahre ihre Meinung abgeben und dazwischen werden sie vernachlässigt. Das sieht man ja dauernd. Jetzt muss man zu Schäuble sagen, in Deutschland können ja die Wählerinnen und Wähler nicht mal die Personen wählen.